Willkommen liebe Zuschauer zum StarTalk. Heute mit René Baumann. Sie kennen ihn besser als DJ Bobo und lieben ihn sicherlich auch, wie viele viele hier in Thüringen, die dann immer gerne zu deinen Konzerten kommen. Hallo René. Hallo. Du hast wieder ein neues Showprojekt am Start. Wir werden dich sehen mit Dancing Las Vegas. Genau und zwar am 11. Mai sind wir bei euch und wir freuen uns sehr, dass wir mit einer riesen Show zu euch kommen dürfen zum 20-jährigen Bühnenjubiläum, welches ich 2012 feiern darf. Wenn du sagst riesig, erklär ein bisschen was, weil bei dir ist immer dieser Bühnenaufbau und der technische Aufwand immer sehr, sehr groß. Ja, das ist so. Bei mir ist immer alles, wenn es um Bühnenshow geht, ziemlich opulent und das ist auch dieses Mal so, zum 20-jährigen Jubiläum sowieso. Und das Thema Vegas sagt natürlich schon viel. Es ist Glitzer, es ist viel Licht, es sind riesen Federkostüme oder wenig Kostüme mit viel Haut, das gehört auch dazu bei den Damen. Die Tänzerinnen sind leicht bekleidet, die Männer teilweise oben ohne, also ich nicht, aber die Tänzer. Ja und das zelebrieren wir richtig zwei Stunden lang. Du hast die Show schon ausprobiert im Europapark, im Rust und die Weiher haben sich gut angekommen. Ja, ich bin sehr entspannt, muss ich sagen, das merkt man ja. Es ist alles gut gegangen, wir sind schon sehr nah an dem, was wir möchten für die Tour. Das Produkt Dancing Las Vegas wird sehr gut. Was mir bei deinen Konzerten auffällt ist, dass sehr viele behinderte Menschen zu dir in den Konzerten kommen. Da hast du auch unheimlich viele Fans. Tust du sehr viel für sie? Ich mache das nicht absichtlich. Also ich bin jetzt nicht absichtlich ein gut Mensch, der dann was mehr macht vielleicht als andere. Aber ich glaube, durch die positive Energie bei den Konzerten und auch die Energie der Musik fühlen sich viele behinderte Menschen angesprochen, die vergessen dann einfach ihre Alltagssorgen, zwei Stunden lang. Ich glaube, das könnte der Grund sein. Ich kann nicht genau sagen, warum so viele, also so viele, mehr als bei anderen Leuten körperlich oder geistig benachteiligte Menschen zu unseren Konzerten kommen. Es freut mich aber extrem, dass es so ist, weil ich spüre, dass es den Leuten gut tut. Ich finde das auch schön. Du gehst ja auch immer auf sie zu und tanzt mit ihnen und singst mit ihnen. Ja, mache ich das? Ja. Ja, habe ich das gemacht letztes Mal. Also war nicht Absicht. Also geplant ist das nicht. Das hat sich vielleicht so ergeben. Du siehst, also ich gehe auch in deine Konzerte. Also ich gehöre mit zu deinem Schnitt. Das ist so. Unser Schnitt ist zwischen 30 und 55. Bist du da noch schön drin, oder? Ja, es geht noch gerade so. Gerade so. Gerade 30, ne? Ach, danke. Nein. Wer denkt sich eigentlich diese ganze Sache aus von deinen Schuss? Hauptsächlich du oder hast du da ein großes Team? Weil man kennt es ja von den großen Künstlern, die da in Amerika sind, die lassen sich das ja alles schon vorbereiten. Ich mir auch. Wir sind zu sechst. Ein sechster Team aus Bühnendesign, Bühnenbau, Kostüm, Choreograf, musikalischer Leiter und ich. Und dieses Team bestimmt, was ist überhaupt baulich möglich? Was ist umsetzbar, was nicht? Was ist transportierbar? Was haben wir für Ideen? Ich bin nur immer der Kopf, der die Ideen vorgibt und die anderen helfen mir bei der Umsetzung. Also die Grundidee kommt von dir? Ja, schon. Auf jeden Fall. Ich gebe die Richtung vor. Was waren, wenn du jetzt sagst, 20 Jahre Bühnenjubiläum, was waren so die Höhepunkte, die Glücksmomente in deiner Karriere? Ja, wo ich nicht wusste, noch drei Stunden vor dem Konzert nicht wusste, kommt heute jemand in dieses Stadion oder nicht? Weil der Veranstalter hat noch nie ein Konzert gemacht. Es gab ja noch nie ein Konzert. Es gibt auch keine Vorverkaufsstellen. Man wusste nicht, wird das was oder nicht? Und dann kamen die Menschen in Scharen von überall her mit den Tickets in der Hand und sprechen deine Sprache nicht, verstehen kein Wort Englisch, andere Kultur, andere Religion und die Songs sind alle schon da. Das sind schon die beeindruckendsten Momente. Und Thüringen, wie ist dir Thüringen so im Gedächtnis geblieben? Da fällt mir zuerst die Thüringenhalle ein. Das war nämlich unser erstes großes Konzert. Außerhalb von Diskotheken durften wir in der Thüringenhalle spielen. Ich glaube, es war so ein Megadance-Festival, wo wir einer von vier Eurodance-Künstler waren. Und da kann ich mich nur noch erinnern, dass es heiß war, dass es eng war, dass die Bühne nicht so groß war und dass es super war. Und dann kam der Wechsel, als dann die Messehalle gebaut wurde. Dann durften wir dann da rüber in die große Halle und dann konnten wir auch die großen Bühnen mitbringen. Das hat schon Spaß gemacht. Und jetzt ist es ein bisschen wie Heimkommen. Ich kenne mich sehr gut aus in Thüringen und habe vorhin gerade mit SINA den Thüringen-Test gemacht und habe von acht Fragen sieben richtig beantwortet. Ich bin schon fast ein Thüringer. Eine habe ich versaut. Und zwar, welcher Geburtstag das euer großer Komponist dieses Jahr feiert. Nein, 262., 242. oder 272. habe ich natürlich nicht gewusst. Das ist ja auch nicht so deine Musik. Nein, ich war überhaupt überrascht, dass der schon tot ist. Ehrlich? Ich habe noch nie vorher was gehört. Nein, ich habe gedacht, wenn Jopi Hester schon 107 ist, dann kann man auch mit 262 noch hier. Nein, nein. Der feiert aber fast jedes Jahr seinen Geburtstag bei uns in Erfurt. Jopi? Ja. Super. Hoffentlich macht er noch 15 oder 20. Das wäre cool. Geburtstage. Wir werden dann mal darüber nachdenken, wenn du dann in dieser Altersricht bist, dass du dann auch jedes Jahr bei uns deinen Geburtstag feierst. Ich werde nicht so alt wie Jopi Hesters, aber es ist bewundernswert, dass es das überhaupt gibt. Es ist großartig. Wieso? Mensch, du hältst dich doch fit, ständig unterwegs, ständig beim Tanzen, ständig. Also du musst so alt werden. Jetzt, wo du es sagst, es gibt eine neue Alterslimite zu schlagen. Ich will älter werden als Jopi Hesters. Okay. Da haben wir die Schlagzeile. Genau. Ja, ansonsten, ich sehe gerade heute kein Knöllchen, diesmal kein Willkommensgross. Noch nicht? Jetzt haben wir extra den Wagen schon hingestellt, dass es wieder eins gibt. Gut. Ich bedanke mich erstmal für das Gespräch mit dir und für Ihre Aufmerksamkeit.